Oder. Oder ist eine Konjunktion oder ist auch ein Fluss. Oder als Konjunktion dient zur Verknüpfung von Alternativen. Man kann zum Beispiel fragen, wünschst du Tulsi-Tee oder Pfefferminz-Tee? Man kann auch überlegen, ob jemand Yoga-Lehrer ist oder auch Meditationslehrer. Die Jacke kann blau oder grün sein. Und so kann man auch sagen, kurz oder lang wirst du schon zum Yoga kommen. Oder ist aber auch ein Fluss. Oder ist ein Fluss im östlichen Mitteleuropa. Er entspringt östlich von Olmütz in der Tschechei und fließt dann in nordöstlicher Richtung nach Polen. Die Oder strömt dort weiter nach Nordwesten und durchquert unter anderem Oppeln und Breslau. Oder ist dann auch der Grenzfluss zwischen Polen und Deutschland. Schließlich fließt die Oder in die Ostsee.